Die Marktkauf-Luftschifftour 96 Sechs Monate über Deutschland. Von Anfang April bis Ende Oktober bei Tag und bei Nacht. Eine der größten Promotions, die ein Handelsunternehmen in dieser Republik jemals auf die Beine gestellt hat. Das ist Norbert, einer unserer beiden Piloten. Er hatte seine 200 PS starken Flugmotoren sicher im Griff. Er steuerte das 60 Meter lange Luftschiff zu 28 Flugplätzen. Tja, von hier oben sah er an die 100 große Städte, in denen Marktkauf ein guter Name ist. Das Ergebnis eines halben Jahres professioneller, dann kam das Lampenfieber vor dem ersten Start. Und kurz darauf die professionelle Routine im laufenden Betrieb. Wim und Klaus beim Motorencheck. Robert tankte Ballast. Die 20-köpfige Crew war eine Wucht. Die Gewinner herzlich begrüßt. Motoren an, die Leinen los und ab geht's. Lehnen Sie sich ganz entspannt zurück. Denn Sie kommen jetzt mit. Das ist Frau, bis Sie mich nicht. Die optics, die wir weg sind, über die Welt Teresa ist. Wer hat das? Musik Musik